Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Drummage Vlogs. Es ist ja ein bisschen was her, das ich zuletzt mit euch gesprochen habe. Naja, abgesehen von meinen ganzen Texten im Community Discord, aber das zählt jetzt nicht. Der Vlog zählt. Ich gehe gleich darauf ein, wieso der Vlog schon wieder verspätet ist. Nur so viel, es ist warm draußen. Himmel, Arsch und Donnerknispel. Ich merke langsam, ich werde nicht jünger. Es sind aktuell draußen 29 Grad, ich war nur beim Briefkasten und ich bin schon fast wieder zerflossen. Okay, meine Struppe ist auch nicht gerade sehr viel kühler. Ich habe glaube ich habe so 26,5 Grad in meiner Stube. Ich freue mich darauf, wenn es die nächsten Tage wirklich kühler wird, wenn ich immer wieder ein bisschen mehr für frische Luft sorgen kann und so, weil ich merke doch, auch wenn ich etwas weiter hinten in meiner Stube ein Fenster auf Kippe habe. Die Luft hier im Hauptzimmer wird langsam unangenehm. Ich wollte eigentlich ein anderes Wort sagen, nur das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. läuft. Ich schiebe es auf die Hitze. Ich schiebe es definitiv auf die Hitze. So und jetzt bitte denk dran, Götz, die richtige Taste erwischen. Ich habe eben schon mal ein paar Versuche aufgenommen und immer ist etwas schief gelaufen. Und beim nächsten Versuch habe ich außerdem die Splits resettet. Läuft bei mir. Definitiv. Also ich beweise wieder, meine Gehirnzellen, so die paar, die ich habe, die, 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 die. Ab und zu, äh, ja, springt der Funken über. So alle paar Jubiläare mal. Aber in Ordnung. Wieso hat der Vlog schon eine Verspätung? Ich meine, eigentlich sollte er Anfang des Monats erscheinen. Am Anfang des Monats ist schon ein bisschen was hin. Ja, das hat diverse Gründe. Hauptsächlich aber mit der ESA. Ähm, ich wollte bei der ESA etwas abwarten. Etwas Wichtiges. Halt, was das Schedule aussagt. Und, naja, ich werde ja später nochmal drauf eingehen, was genau jetzt bei der ESA vonstatten gegangen ist. Was auch mit der Grund ist, wieso ich diesen Vlog aufnehme. Aber wie gesagt, ähm, der Grund, wieso der Vlog tatsächlich verspätet hat, ist einfach Zeit. Zeit und ESA. Ich schaff's halt nicht immer, mir Anfang des Monats, die ersten drei Tage, die, die ersten drei, Montag, Dienstag und Mittwoch, die nötige Zeit freizuschaufeln. Ich meine, jetzt hatte ich diesen Mittwoch endlich mal wieder einen Tag, wo ich nix zu tun hatte. Ja, und ich kenne mich. Da mache ich doch schon wieder zigtausend Sachen. Wobei das jetzt halt dieses Mal auch daran liegt, dass die Q näher rückt. Aber okay. Kommen wir zu etwas Indrem. Nämlich, was ist mit dem Runner-Kalender los? Ähm, und da kann ich mehr dazu sagen. Ich mache mal eben kurz einen, äh, Szenenwechsel. Ja. Ja, ihr seht, die letzte Ausgabe des Runner-Kalenders ist schon wieder ein Monat her. Woran lag's? Was ist da los? Es hat viele, also die Ursachen, wieso der Runner-Kalender jetzt aktuell so ein bisschen abschleifen ist, sind viele. Ursprünglich sollte der Runner-Kalender halt jeden Sonntag rauskommen. Und dann habe ich halt festgestellt, dass ich halt sonntags momentan oft unterwegs bin und dann erst abends nach Hause komme. Wenn ich dann abends nach Hause komme, dann habe ich nicht nochmal irgendwie Zeit und Luft mich dann so grob zwei Stunden hinsitzen, um eine neueste Ausgabe des Runner-Kalenders zusammen zu stöpseln. Weshalb ich dann den Erscheinungstermin auf den Montag verschoben habe. Ja, und Montag habe ich dann festgestellt, jo, habe ja auch nicht gerade wenig zu tun. Ist auch nicht gerade wenig los. Und die letzten Wochen war es einfach dann, okay, ich muss den Runner-Kalender streichen, ich schaff's heute nicht. Ja, theoretisch könnte ich ihn dann auch auf einen anderen Tag verschieben, aber nein. Weil, für mein Gefühl, der Runner-Kalender blickt halt auf die kommende Kalenderwoche. Und wenn ich ihn halt am Dienstag oder Mittwoch rausbringe, ist es meines Erachtens sinnlos, weil dann hat die Kalender-Kalenderwoche schon begonnen. Selbst Montag ist in dem Sinne eigentlich zu spät, aber Montag ist... Ich ticke manchmal ein bisschen merkwürdig. Und das ist halt mit einer der Gründe dafür. Naja, an meinerseits Zeit und andererseits habe ich auch festgestellt, ja, die Resonanz lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Ich werde jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber... Der Runner-Kalender fing dieses Jahr stark an. Und hat sehr schnell nachgelassen. Und... Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Ich hab diverse Vermutungen. Dass entweder er langweilig geschrieben worden ist, oder das Layout nicht ansprechend ist, oder... Dass es im Video-Format interessanter wäre. Das Problem ist... Es sind Vermutungen. Und mir fehlen die Beweise. Ich hab zwar schon oft um Feedback gebeten. Jetzt auch hier im Vlog. Aber... Wenn was kommt, dann ist es halt positiv. Nur dieses Positive drückt sich halt nicht in den Aufrufszahlen aus. Und deshalb bin ich so ein bisschen am kriseln, um es mal so zu formulieren. Deshalb bin ich so ein bisschen am hin- und her überlegen, ob und wie es jetzt mit dem Runner-Kalender weitergehen soll. Es liegt mir sehr viel an dem Runner-Kalender. Aber ich muss auch ein bisschen gucken... Ja, okay. Der Aufwand, den ich betreibe, lohnt der sich überhaupt? Oder ist es nicht besser, dass ich meine Zeit, die ich halt wirklich... Ich muss mittlerweile mit vielen Projekten gleichzeitig jonglieren, ob die Zeit dann nicht woanders halt besser investiert wäre. Vielleicht wäre auch ein frisches Design ganz nett oder so. Ich weiß es halt nicht. Deshalb hier an dieser Stelle nochmal die Bitte... Feedback. Jetzt nicht nur, jo, alles perfekt und so. Ich sehe es ja. Alles perfekt bringt nichts. Das sind denn die Parmenikas, die den Runner-Kalender lesen. Wenn du... Ja, du. Du, der diesen Vlog schaust. Oder der jetzt die... Da von dem Vlog Wind gekriegt hast. Und ich weiß, was der Runner-Kalender ist. Wenn du diesen Vlog schaust, gib mir Feedback. Wieso liest du den Runner-Kalender nicht? Was soll dich verbessern? Und mir zu sagen, äh, alles scheiße, bringt nichts. Wir sind nicht auf den sozialen Medien, wo man halt mit negativer Art weiterkommt. Das ist hier der German Vlog und ich bitte hier um konstruktives Feedback. Gott, ich sollte mich nicht so aufregen. Ich merke schon wieder, ich zerfließe. Und ich habe noch ein bisschen was vor mir. Okay, ich mache weiter. Also wie gesagt, bitte Feedback, konstruktives Feedback. Was kann ich besser machen? Ich möchte ihn weiterführen. Nur ich brauche etwas, worauf ich aufbauen kann. Dinge, worauf ich auch was ändern kann. Wenn es jetzt um designtechnische Sachen geht, ne, es ist etwas an Arbeit, aber es dauert etwas. Wusstet ihr übrigens schon, dass wir einen Zweitkanal haben? Hier, German 2. All die, äh, Videos, also all das Videomaterial, was jetzt sich so die letzten anderthalb Jahre aufgeschluckt hat, und was nicht mit Speedruns zu tun hat, landet auf dem Zweitkanal. Ich bin fleißig am Schneiden, ich bin fleißig am Abarbeiten der Videos. Und, ähm, ja, wenn ihr Interesse habt an unseren Casual-Kram, das ist jetzt eure Anlaufstelle, der Kanal wird irgendwann noch umbenannt werden. Ich denke, sobald wir genügend Abonnenten haben und die ganzen Voraussetzungen erfüllen für, ich weiß nicht, Partner oder so, wird der Kanal noch umbenannt werden. Und, äh, ja. Thumbnails sind in Arbeit, aber bei der Masse an Videos, die da bereits auf unserem Kanal sind, beziehungsweise da jetzt noch kommen werden. Ich denke, dass es dann da verständlich ist, wenn da mit den Thumbnails noch so ein bisschen, ein bisschen gewartet wird. Es gibt andere Baustellen. Sehr viele andere Baustellen. Aber, falls ihr mal so ein bisschen nebenbei Berieselung haben wollt, für, von uns, für Non-Speedruns oder so, Dramage 2 ist eure Anlaufstelle und ich werde den Kanal dann hier unter diesem Vlog verlinken. Stichwort Video. Auch auf unserem Hauptkanal tut sich einiges. Ähm, es gab ja vor kurzem das Feedback, das Feedback oder die Frage, ja, was ist mit den Videos? Kommt da jetzt noch was? Und seit einer Woche, also knapp über einer Woche, sind wir jetzt wieder am Hochladen der Videos. ähm, momentan sind Videos bis zum 8. Juli vorgeplant und ich denke, dass, ähm, ich denke, dass ich mal das, das so, die Ansicht so scrollen sollte, dass man das auch, das Logo sieht, was ihr jetzt, jetzt gerade hier nicht seht, aber, also, ihr seht es schon, ist eingeblendet, äh, egal, ich, ich schufe da mal Kopf und Tragen und ich sollte noch splitten. Ähm, ja, also, Videos sind bis Montag am 8. Juli geplant, ich denke, das Material, das ich noch von früheren Events habe, wird noch so bis zum 10. 12. Juli halten und danach wird dann wahrscheinlich die ganzen, werden dann wahrscheinlich die ganzen äh, SGDQ VDs online kommen, so nach und nach. Jetzt nicht direkt während der DQ, ich weiß, uns gehen dadurch halt einige an, einiges an Klicks flöten, nur, wir werden während des SDQs Restreams so sehr von, mit Kommis und so ausgelassen sein und die Person, die sich normalerweise um die VDs kümmert, die nimmt sich jetzt eine kleine Auszeit, wohlverdient, wohlgemerkt und deshalb wird es sich jetzt ein bisschen verzögern, aber so die Woche nach dem SDQ Restream werden wir dann anfangen, die ganzen GDQ Highlight Videos hochzuwuchten und danach und nach Fall zu schalten. Ihr könnt euch darauf freuen, garantiert. Also, ich komme auf das Thema SDQ noch gleich. Aber, worauf ich jetzt erst komme, was heißt jetzt erst komme, worauf ich jetzt komme, ist Dokomi. Wir sind dieses Jahr wieder auf der Dokomi, wir haben wieder ein kunterbuntes, hochinteressantes Speedrun-Programm und das Schöne ist, wir binden diesmal auch das Publikum mit ein. Wer jetzt uns nicht auf den sozialen Medien feucht, der hat vielleicht nicht so ganz mitgekriegt, wie wir halt die Dokomi angekündigt haben. Ich kann es jetzt gerade nicht anzeigen, weil dann müsste ich den Browser wechseln und das wieder alles einrichten. Ich habe auch wieder nicht dran gedacht, das ist einfach eine volle Ausrede. Aber wir haben ein paar Werbevideos gedreht, oder die Runner haben ein paar Werbevideos gedreht und da könnt ihr euch drauf freuen. Also allgemein, das Videomaterial ist wieder exzellent und wenn ich mir so das Schedule angucke, Barber is you, Scala and Plugs von Matze, ein Publikum Showcase von Kuyo Speedrun lernen kann. Es wird halt nicht nur normale Speedruns geben, sondern wir werden halt dieses Mal auch mehr das Publikum mit einbinden. Etwas was wir vor Jahren schon mal gemacht haben, als wir das erst Mal auf Dortcom waren, was dann ein bisschen eingeschlafen ist und was wir jetzt wieder halt hervorholen, was wir wieder präsentieren. Ich persönlich bin gespannt drauf, das wird sehr geil werden und ja, ich meine, ich sehe halt schon A Link to the Past Speedrunner Publikum Showcase es wird wahrscheinlich Any% sein, der Any% Speedrun von A Link to the Past ist Bibi einfach zu lernen, wenn ihr bei der Dokomi vor Ort seid, wir haben den Lageplan bei uns im Discord gepostet, ich glaube der ist auch bei uns auf der Homepage drin oder bei uns auf den sozialen Medien drin, freut euch da drauf auf den sozialen Medien und ja, freut euch drauf. Ich bin definitiv gespannt drauf und vor allen Dingen worauf ich gespannt bin ist wie der Übergang klappen wird, weil im Prinzip wir hören auf mit der Dokomi und wir fahren direkt an mit dem SDQ Restream. Das wird diesmal nahtlos ineinander übergehen. Freut euch drauf. Übrigens es wird eine Besonderheit geben oder etwa ein Bonbon. Wer uns schon seit ein bisschen was furcht, der weiß, dass wir halt gerne mal zu unseren Onset-Events oder so einen Aufbaustream machen. Den gibt's auch heute. So, 15, 16 Uhr um den Dreh wird's wahrscheinlich losgehen twitch.tv schräg schräg germans Aufbaustream Dokomi Ich bin gespannt drauf. Ich bin wirklich gespannt drauf. Allgemein wie wird das diesmal aussehen? Wie wird der Aufbau sein? Und so was in Richtung. Wird genial werden. Wird genial werden. Die Onset-Crew hat so wie kann ich jetzt schon mal sagen wieder einiges an exzellente Arbeit geleistet und euch wird einiges an Überraschungen erwarten. Und dann drauf Jo, wie kann ich die German Crew identifizieren? Ich freue mich drauf. freue mich derbs drauf. Aber dokumiert schon gut worauf ich mich persönlich freue der SGQ 2024 Restring. Es wird scheppern sage ich euch. wird scheppern. GDQ hat wieder ein wunderbares Schedule zusammengestellt mit jede menge geile Runs und wenn ich so das Resim Schedule durchgehe dann haben wir es echt gut abgedeckt. Also wirklich es lässt sich nicht meckern. Es lässt sich nicht meckern. Ich freue mich auf den Trashblock. Klar früher aufstehen. Das wird dann einen Tag werden der besonders heftig wird. Aber es ist Trashblock. und ich lasse mir den Trashblock nicht nehmen. Ich mache nicht den Fehler wie ich es schonmal gemacht habe dass ich die Hälfte des Trashbrooks dadurch verpasse dass ich ausschlafe. Nein 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 nicht mit mir nicht mit mir ein paar Sachen finde ich schade dass wir zum Beispiel zu Castlevania Symphonie of the Nike niemanden gefunden haben oder sich niemand gemeldet haben oder dass wir das erste Bonus Game Balto Balroto Balatro Namen Namen sind Schallrauch Namen sind Schallrauch dass wir zu Balatro reden wird entstanden überbewertet ah Mann dass wir zu Balatro niemanden gefunden haben aber ich denke das liegt auch einfach an der Uhrzeit da merkt man halt GQ ist ein amerikanisches Event die haben sehr viele coole Sachen halt bei sich in die Primetime reingeknallt und wir Europäer ja wir schauen dann in die Röhre in die Röhre trotzdem cool ähm dass wir nein lässt mich anders formulieren trotzdem cool dass die Nächte immer wieder Kommis haben und dass jetzt nicht so ist dass jetzt die Nächte komplett leer sind dass halt nichts stattfindet wie es halt bei Yuki als Yuki noch da war und Yuki dann Regie geführt hat dass sie dann eine sehr richtige Regie hatte weil da nichts los war das ist jetzt dieses Mal anders ich bin schon mitten in der Vorbereitung wird ein paar coole Sachen geben und worüber ich auch glücklich bin dass wir dass wir dass halt wir sehr viel Unterstützung von extern haben ähm Hitze die Hitze sorgt für Kurzschlüsse es ist warm ich weiß gerade nicht was ich hier reden soll ach ja äh externe Kommentatoren externe Unterstützung es ist jetzt nicht nur so es ist jetzt nicht so dass wir nur die üblichen Verdächtigen haben ein Matze ein Nutz von Cooper oder so ein hab keinen Name nein wir haben dieses mal auch sehr viele neue Leute mit dabei Leute die schon seit längerem Teil unserer Community sind ähm Leute die ja die uns schon seit längerem folgen oder so und dass sie jetzt halt unsere Unterstützung plus dass sie uns eben unterstützen plus eben die Tatsache dass wir auch sehr viele neue Kommentationen haben die die wir dann kennen die wir halt aus der jeweiligen Speedgame community an Land gezogen haben ich freue mich unter anderem auf kipp unterstrich exe ich habe den wahrscheinlich falsch ausgesprochen ähm ich freue mich auf ein äh friday auch wenn ich den friday friday gott Namen sind schnell rauchen namen sind schnell rauch ähm ich freue mich auf ähm wen habe ich noch auf aftayo der cds64 kommunizieren wird ähm michael k mario q an an dieser stelle nochmal die entschuldigung wenn ich den namen falsch ausspreche es tut mir leid ist eine schwäche von mir allgemein es wird sehr cool werden und ähm ja es wird ein saugelles event werden plus wir haben etwas vor wir haben etwas vor ähm ich muss noch die incentives liste abraten aber wenn die Idee so klappt wie ich es mir vorstelle und dann vielleicht schaffen wir es dieses mal mehr Spenden zu generieren und das wäre cool natürlich ist es auch so dass man auch uns unterstützen kann wir haben wieder ein subgoal am laufen das halt ähm blue bei 800 neuer anbopunkte einen ähm 3d zelda rando zeigt also alle 3d 3d zelda teile nicht alle glaube ich also nur Twilight princess windwaker und greener of time und match of masker ich hätte es mir angucken sollen egal auf jeden fall blue 3d zelda rando wird sehr interessant werden und 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 dann für 2,5 kanalpunkte dass dann exo den castle in der 2 speedrun lernt wir hoffen natürlich dass wir dieses mal wieder die startseite von twitch haben was sehr vieles leichter machen dürfte und würde aber wir wollen auch diesmal nicht nur für uns werben wir wollen auch diesmal für Ärzte eine grenzen spenden sammeln wie gesagt freut euch drauf es wird geil werden und ja am sonntag so um 18.30 geht es los und ich denke man liest sich dann im chat oder man spricht sich dann be there or be sorry klang jetzt ein bisschen arg aggro ja und jetzt komme ich zu ein thema ich bin blöd ich habe den split ich habe die split resettet egal ich mache jetzt weiter ich mache jetzt weiter ich vermute mal dass wenn ich jetzt auf die Szene wechsle hey ich habe gedacht das untere Video auszuschalten läuft ja gründe für die absage des esa restreams ich will ehrlich sein das ist kein einfaches thema das ist definitiv kein einfaches thema ich muss an dieser stelle etwas ausholen weil es vielleicht unter euch ein paar leute gibt die jetzt nicht so ganz mit gekriegt haben was da los ist und jetzt überraschend ist nicht ja wir werden nach sdq eine pause einlegen und wir werden die esa summer 2024 nicht restreamen das ist eine entscheidung die uns nicht einfach gefallen ist was genau ist geschehen vieles wie gesagt ich muss es ein bisschen ausholen an dieser stelle ich bitte die leute die das ganze schon kennen um entschuldigung ihr könnt ein bisschen vorspulen ich versuche mich kurz zu fassen ich uns kurz fassen es hat schon soweit wir das mit gekriegt haben seit geraumer zeit schon seit ein paar jahren hinter den kulissen der esa gegrummelt weil die führung der esa ednault planks ich glaube auch ednault frau ida immer mehr und mehr entscheidungen getroffen haben über die köpfe der leute in welch die bei der esa mit gewirkt haben das ganze hat dann bei esa winter dazu geführt dass dann wohl entscheidungen nicht zeitnah kommuniziert wurden ich muss mich jetzt hier auf hören sagen auf das was ich im kopf habe kann sein dass ich jetzt gerade bullshit labere oder so oder dass die zeitliche reihenfolge nicht richtig ist bitte ich zu entschuldigen es gab wohl ein paar entscheidungen im vorfeld des esa winters die nicht so ganz glimpflich oder zeitnah kommuniziert worden sind entscheidung nummer eins war dass die esa von dem gdq spendetracker der halt normalerweise in der speedrun community das maß aller dinge ist auf tiltify umgewechselt ist und wer bei esa winter uns gesehen hat wer auch da gespendet hat und die incentives beobachtet hat der weiß tiltify war für die aufgabe die halt der plattform zugedacht worden sind nur bedingt geeignet man kann es so vergleichen wie die entscheidung von EA dass alle ihre studios die frostbite engine benutzen obwohl die für einige dinge nicht geeignet waren und hier war es halt wirklich so tiltify war für ein speedrun event nicht geeignet es war unübersichtlich die überblick zu behalten auf was das falschhalten schließen von incentives angegen und so war nicht gegeben es gab gerüchte dass der grund wieso halt ednal beschlossen hat auf tiltify umzuwechseln die sache war dass wohl tiltify die esa bezahlt hat ednal hat das vor kurzem in esa discord verneint ich weiß nicht was da phase ist also ob das jetzt war ist oder nicht zweite sache die nicht so ganz gut ankam war das mit den host dass die hosts halt mit dabei waren beziehungsweise die hosting station dass da auch so einige Dinge nicht so ganz gut abgelaufen sind kommunikation technisch letzten endes hat die esa dann ich glaube im letzten jahr neun erfahrene leute verloren neun erfahrene mitarbeiter die schon seit jahren mit dabei waren für uns restreams war es halt besonders schmerzhaft weil auch fatzke sich verabschiedet hatte fatzke war halt die person die für uns der haupt ansprechpartner war und die auch einen exzellenten job gemacht hat wir wir haben gedacht okay schade dass fatzke fortgegangen ist und vermutlich ist mitarco dann sein nachfolger und dann sprungen wir vor so vor ein anderthalb monate sind dinge dann eskaliert vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an lovar lovar war vor in einem zeitraum von zwei bis einen jahren dass die die person die eine ähnliche funktion erfüllt hat wie send by jdq sprich sie hat die preise vorgestellt und hat für spenden geworben lovar war eine gut aussehende person sie hatte sehr viel vorderbau wusste das aber so einzusetzen dass es halt nicht ja dass es präsent war aber nicht von den spenden abgelenkt hat und sie hatte einen enthousiasmus an tag gelegt der halt wirklich ansteckend war eser winter und dabei auch eser summer 2023 war sie dann nicht mehr präsent eser winter 2024 war sie sowieso nicht präsent wir haben uns aber nichts gedacht und dann hat lovar auf x früher bekannt als twitter eine bombe gezündet wo sie halt ein pastebin geschrieben hat wo sie darüber gesprochen hat dass sie in der zeit in der zeit auf der eser war in einige sehr bedenkliche situationen gegangen ist wo sie halt unter anderem sexuell belästigt worden ist sie war damit wohl auch zu edinal gegangen oder zu den personen die für solche sachen zuständig waren und ja es ist da nicht wirklich was bei rumgekommen ich glaube edna meinte dann irgendwann im community discord vor ein paar wochen ja es gibt nur eine einen bericht davon in seinen unterlagen es gab dann auch eine zweite paceman von unbekannten person und das hat auch noch mal öl ins feier gegossen auf einmal stand die eser in flammen und die reaktion der führung von der eser war ungenügend um es mal so zu formulieren es wurden leute gebannt es wurden aussagen gelöscht es wurden leute getimeoutet und ja als grinks das ist der cop von nitrous speedruns die für den französischen restream von der isa verantwortlich sind gesagt hat angesichts der zahlzache verzichten sie auf den französischen restream kam von planks halt ein sehr dürres dankeschön und dann noch ehe grinks chance hatte das halt sich zu lesen darauf zu regieren wurden ihm die rechte genommen auf den resteam kanals zuzugreifen es kam echt einiges zu tage und und wurde halt sehr sehr diskutiert und eine sache die halt beschlossen worden ist um solche situationen zu vermeiden ähm ja ein sicherheitsteam aufzustellen wo sie jetzt vor kurzem auch jemand vorgestellt worden ist der in der community auch einen sehr guten leumund hat aber das ist halt ein herumdoktern an den atom und es geht halt nicht an die eigentlichen probleme ähm die eigentlichen probleme meiner meinung nach kommunikation die grottige kommunikation seitens ednault und planks dass ednault teilweise sachen abgelassen hat die nicht ganz in ordnung waren und planks dann auch nach dem ersten statement abgetaucht was vermutlich auch am vernünftigsten war ähm am ende gab halt ednault bekannt dass er sich von allen öffentlichen rollen zurückziehen würde also sich mehr auf die arbeit hinter den kulissen fokussieren würde beziehungsweise wenn nach asa summer immer noch kritik herrscht er sich komplett von asa verabschieden würde ähm wir haben all diese sitze all diese aussagen und all das was in dieser zeit geschehen ist analysiert wir haben zuerst abgewartet wie sieht das schedule aus das schedule sah mau aus hinzu kommt dann auch noch was halt wieder kommunikation ist dass die eser zwar auf ihrer homepage und glaube auch auf den sozialen medien halt gepostet hat die chase game phase eröffnet das aber im discord absolut keiner mitgekriegt hat weil da auch nirgendwo was verlautet worden ist wir haben letzten donnerstag das germage intern alles analysiert wir haben hin und her überlegt sollen wir jetzt die ESA restream oder nicht und letzten Endes haben wir uns entscheidenden nein das was die ESA bislang gemacht hat was die ESA jetzt geändert hat ist zwar ein schritt in die richtige richtung aber es geht noch nicht an die eigentlichen ursachen ich habe Adenol und Planks am Montag Bescheid gesagt wir verlieren dann nächste Woche unsere Restream rollen das heißt also es wird keinen deutschen Restream geben es wird auch keinen französischen Restream geben und soweit ich auch weiß auch keinen italienischen Restream ich weiß nicht wie es mit den japanern aussieht Heuschen hat sich diesbezüglich nicht geäußert er zwar einmal nachgefragt aber konnte man nichts daraus schließen was jetzt da die Reaktion des japanischen Restreams sein wird und ich weiß auch nicht wie es mit den portugiesischen und spanischen Restream aussieht es wird interessant werden wie gesagt es ist keine Entscheidung die uns einfach gefallen ist es ist auch eine Entscheidung die jetzt Germans auch ein bisschen weh tut weil durch den wegfall der ESA das tut finanziell weh klar die ESA war jetzt nicht das Event was jetzt die Zuschauer zahlen hatte wie jetzt ein GDQ aber durch die sehr aggressive Art und Weise wie die ESA Reklame geschaltet hat auch bei uns ist ordentlich Geld in die Vereinskasse gespült worden trotzdem die Entscheidung ESA Summer nicht zu restream war die richtige werden beobachten wie das jetzt mit der ESA sich weiterentwickeln wird vor allen dem hinsichtlich der Winter hinsichtlich wie sieht es aus mit Edna wie sieht es aus mit Planks wird es da in der Führungsebene Veränderungen geben wohl gemerkt ich verlange jetzt nicht den Kopf von Planks Edna oder Ida die Situation in der sie sich befinden ist gelinde gesagt beschissen aber auch selbst verschuldet es hat so ein bisschen an Germans im Jahr 2017 wo wir eine ähnliche Krise durchlaufen haben wenn auch aus anderen Gründen bei uns war die Ursache dass wir so was von arrogant und überheblich waren dass wir kurz davor waren es mit uns dass wir kurz davor waren es uns mit der Speedrunning Community zu verscherzen mit anderen Speedrun Kanälen und so und zum Glück haben wir auf das Feedback das wir gekriegt haben gehört und den ja und die Kurve gekriegt es ist seit damals nicht alles gut gelaufen um Gottes Willen und seitdem haben wir uns noch weitere Klopser geleistet aber die größte Krise das war wirklich 2017 und die ESA durchlebt jetzt ihre größte Krise und ich bin gespannt wie Dinge sich verändern werden vor allen Dingen wie die ESA den Brain Drain kompensieren will den sie erlitten hat weil es ist ja nicht nur dass dass Fazke uns verlassen hat auch Metago hat die ESA verlassen AG hatte öffentlich verkündet jo ich werde bei dieser aber nicht auftauchen Nico Hart der die Postshow Party gemacht hat taucht auch nicht auf ich war überrascht dass Big John halt noch auf dem schedule stand aber wenn ich so seinen Stream beobachte befürchte ich dass er auch absagen wird wenn auch aus anderen gründen weil bei ihm sein persönliches leben auch schon wieder ja tribalenzen durchläuft läuft der gute die ESA hat massiv Leute verloren massiv Vertrauen verloren Leute sowohl hinter den Kulissen die jahrelang halt Sachen gemacht haben die sehr viel Wissen hatten und sehr viel Ahnung hatten sind nicht mal da neue leute müssen sich ein müssen sich ein arbeiten die ganze gesamte führungsstruktur muss halt sich neu konstruieren und so es wird spannend werden es wird verdammt spannend werden und was uns angeht wir haben schon davon geredet dass der Ausfall der ESA uns finanziell ein bisschen wehtun wird wir sind aktuell am gucken und planen was wir stattdessen machen es wird nach SDQ ein weiteres Sommer Event geben wie das aussieht ob es ein Resim sein wird oder ob etwas eigenes auf die Beine stellen wird sich dann noch zeigen das beste ist ihr tretet unseren Discord bei feuchtet uns auf den sozialen medien oder schaut uns auf YouTube vorbei wenn ich dran denke den Vlog aufzunehmen ja es wird eine verdammt spannende Zeit werden sehr spannend schauen was dabei rum kommt das wäre jetzt eigentlich die Stelle nochmal zu splitten aber da ich jetzt ein Dödel bin habe ich die Splits resettet ich habe sie nicht alle aber okay deshalb bin ich auch German Streiter in dem Sinne vielen herz Dank fürs Zuschauen lasst einen Daumen rauf da gebt da Glocke an der Stelle hinterlässt einen Kommentar unter dem YouTube Video lasst den Algorithmus nicht doch nochmal am Party feiern in dem Sinne vielen herz Dank fürs Zuschauen und bis dann Bye